hallo ist anna viele von euch die meinen kanal abonniert haben haben bestimmt schon mitgekriegt dass kalavada wieder da ist ich habe ja ein paar video schon hochgeladen eine auf russisch eine auf deutsch und heute möchte ich euch ein bisschen mehr erzählen weil das ist jetzt ein bisschen was anderes da also wir haben jetzt statt kalavada plus kalavada light und in diesem video möchte ich ein bisschen mehr über diese wunderbare legendäre programm erzählen also kalavada light ist eine körperreinigungsprogramm mit ganzheitlichen effekt das ist der erfinder alpacet kanadische wissenschaftler kalavada enthält 23 verschiedene pflanzliche komponenten probiotika und enzyme albert sehr hat dafür gesorgt dass dieser programm noch leichter und bequemer wird für die anwendung und auch für die anfänger gut geeignet deswegen ist ja light so auf englisch ist das leicht also diese leichtigkeit in die anwendung und leichtigkeit danach hat er für ihn gebracht diese programm so zu nennen wertvolle komponente sorgen dafür dass unsere körper wieder funktioniert dass die organfunktionen wieder in gang gebracht werden und dass die ausscheidungsorganen unterstützt werden dieses produkt ist auch für die berufstätige ganz gut geeignet besteht aus drei etappen und dauert 14 tage lang erster schritt ist entgiftung dauert fünf tage und bereitet sanft unsere körper auf das gründliche reinigung vor besteht aus drei pflanzliche komplexmittel detox 1 detox 2 und green green die ich euch später zeigen werde von jedem mittel nehmen wir jeweils zwei kapseln während der mahlzeit in der früh und auf nacht also in der früh sechs kapseln zum frühstück und auf nacht sechs kapseln zu dem abendessen zweite phase ist gründliche reinigung besteht aus vier tage hier trinken wir dreimal am tag pulver light mix besteht aus vorsammenschalen leinsamen pflaumen und eine mischung green green mit viel ballaststoffe und pflanzliche komponenten die wirken wie eine feder helfen darm gründlich zu reinigen schleimhäute unterstützen und wiederherstellen und wirken positiv auf unsere mikroflora aus aus diesem pulver light mix machen wir shakes dafür benötigen wir keine extra wertzeug nur das wichtigste wasser soll nicht der warm sein oder heiß und lauwarm oder bisschen kühler das sollen wir dann als schnellstmöglich austrinken und das machen wir wie ich schon gesagt habe dreimal am tag dabei muss keine hungern diese shakes sind sehr sehr ergiebig und von allem flüssige nahrung wie schleimsuppen sind auch erlaubt dritter schritt ist wiederherstellung besteht aus fünf tage hier nehmen wir probiotika pflanzliche enzymen zu uns und eine mischung aus kräuter beeren obst gemüse und algen jede etappe wie man sieht hier separat eingepackt sehr sehr bequem ich nehme jetzt die erste raus und hier sehen wir solch eine blister mit die kräuter drei verschiedene liste werden wir hier finden einmal mit green green einmal detox 1 und detox 2 jeder ist doppelt drin dann in jeder solcher packung sind kapsel sehr bequem auch für unterwegs und ich möchte euch nur kurz vorlesen was in diesem mittel drin ist in jeder packung findet ihr eine ausführliche beschreibung von jedem mittel und auch einnahme plan und einleitung auf 13 verschiedene sprachen und auf seite 22 ist deutsch also diese mittel green green enthält zum beispiel alles in pulverform gersten weizen sprossen spirulina und julsenblätter blaubeeren chimbeeren chlorella weizengras gerstengras rote bete ananas und karoten also wirklich wunderbare zusammenstellung und in detox 1 und detox 2 finden wir weitere wunderbare kräuter die andere ausscheidungsorgane wie leber gale darm auch haut und lymphsystem oder auch junge unterstützen also lasst euch überraschende sagt ja ihr wirst auch begeistert sein genauso wie ich und das ist das pulver light mix das ist die zweite etappe wir haben dann zwölf solchene pulver also vier tage dauert ja die anwendung also dreimal vier bis zwölf die soll man einfach in glas wasser rein tun und schnell umrühren und austrinken sehr sehr einfach kompakt aber auch wunderbare zusammensetzung also green green ist drin und noch paar komponente die praktisch die valumen geben und alle taxine schwermetalle und andere belastende stoffe aufsaugen und über die darm ausscheiden und etappe drei wiederherstellung hier haben wir jeweils zwei packungen assimilator wieder green green und einmal probiotika bitte wenn ihr päckchen bekommt probiotika also das heißt superflora hier gleich im kühlschrank legen das ist dann besser und wie man die einem steht wie gesagt schon ausführlich in die beschreibung drin kalavada light könnt ihr bei coral club bestellen dafür habe ich im infobox unten unterhalb von diesem video einen link hinterlassen bitte schaut es dann rein sonst wenn fragen noch auftreten gerne könnt ihr mir bei kontaktformular anschreiben oder in kommentare eure fragen stellen sonst aber jetzt mein kanal damit ihr keine weitere video verpasst teilt sie diese video weiter diese information ist sehr wichtig und viele von menschen also wirklich millionen von menschen haben schon kalavada ausprobiert seid auch dabei unterstütze euch wo ich kann und ich wünsche euch weiterhin bleibt gesund wir sehen uns